Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Mehrfachvererbung, wie letztes Mal schon angekündigt. Und zwar, was ist denn Mehrfachvererbung? Nun, im Endeffekt, ups, das war meine Flasche, im Endeffekt haben wir das Ganze schon durchgeführt. Wir haben hier mehrfache Vererbung drin. Und zwar einmal erben wir im Laptop sowohl von Computer als auch von Wi-Fi. Das bedeutet, wir haben zwei Oberklassen und das führt unter Umständen zu Problemen. Naja, nicht unbedingt, wie sich Kotlin gedacht hat. Und ja, deswegen gibt es einige Mechanismen in Kotlin, die man bei Mehrfachvererbung bedenken muss. So, zunächst einmal, wir haben die Möglichkeit hier zu sagen, okay, Wi-Fi und Computer hängen null, beziehungsweise, Moment. Ah ja, genau, das ist der Smart Sensor. Computer und Wi-Fi hängen null miteinander zusammen. Computer erbt nicht von Wi-Fi, Wi-Fi erbt nicht vom Computer. Macht ja auch beides nicht wirklich Sinn. Das sind komplett unterschiedliche Sachen. Aber es kann trotzdem vorkommen, dass wir hier drin dieselbe Funktion haben. Nämlich einfach per Namensdefinition, per Zufall quasi. Wir haben hier eine Funktion namens Print. Und wir haben im Computer eine Funktion namens Print. Die printen einfach verschiedene Dinge aus. Was zur Hölle sollen wir dann tun? Naja, wir haben dann ein Problem. Denn unsere Klasse Laptop, die erbt ja sowohl von Wi-Fi als auch von Computer. Und beide haben eine Funktion Print. Wenn man jetzt also über Laptop, also hier unten zum Beispiel einfach sagt, Laptop.print, welche Funktion von Laptop.print oder welche Funktion von Print soll er dann aufrufen? Das weiß niemand so genau. Es könnte ja die gemeint sein von unserem Computer. Denn das hier ist ja eine valide, gültige Print-Funktion. Oder es könnte auch die gemeint sein von Wi-Fi. Genau dasselbe passiert, wenn wir hier mit den Variablen uns uneinig werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier drin auch noch einen Connected-Status haben. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, aber ich mache es einfach mal. Variable Connected vom Typ boolean ist gleich true. Dann haben wir auch das Problem hier in unserem Laptop, dass wir ja den boolean irgendwie angeben müssen. Und jetzt sehen wir hier, ah, okay, Override dürfen wir im Laptop gar nicht schreiben. Denn wir überschreiben jetzt hier automatisch nicht mehr die Variable in unserem Wi-Fi. Weil das hier ist nur eine Connected-Variable, die keinen Wert hat. Die aber im Computer durchaus einen Wert hat. Das heißt, wenn wir das jetzt so machen wollen, dann müssen wir hier den Computer ändern und müssen vorne dran ein Open schreiben. Das ist sehr schlecht und das kann man auch wirklich nicht besser lösen. Aber im Normalfall sollten sich Variablen nicht überschneiden von den Namen her. Das sollte nicht vorkommen. Das heißt, das hier sollte... Sekunde, ich bin gerade verwirrt. Das sollte hier eigentlich gar nicht vorkommen, dass das da drin steht. So, das heißt, wir sollten niemals in die Bredouille kommen, hier zweimal die Variable Connected zu haben. Im besten Designfall. Was allerdings durchaus vorkommt, ist Funktionen, die einfach doppelt existieren. Also, ich meine, Kotlin ist da schon ganz gut. Es erlaubt euch Mehrfachvererbung, ja. Und Kotlin sagt dann halt einfach, okay, du musst halt ein paar Sachen beachten. Du darfst Mehrfachvererbung machen, aber bitte beachte ein paar Sachen. Und zwar hier haben wir offensichtlich keine Funktion Print. Niemand weiß, welche Print-Funktion aufgerufen wird. Es weiß quasi nur Gott, welche Print-Funktion hier aufgerufen werden soll, wenn wir den Laptop hier mit Print aufrufen. Denn es könnte sowohl die von der Klasse Computer sein, als auch die von der Klasse Wi-Fi. Nun, was man stattdessen eben machen muss, ist, man muss hier diesen Fehler reparieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade mit der... Nein, leider nicht. Schade. Ähm, Quick Fix leider auch wieder nicht verfügbar. Das kommt vielleicht noch für Eclipse. Ich hoffe es zumindest stark. Aber, was man machen muss, ist jetzt folgendes. Man muss diese Funktion Print definitiv überschreiben. Das heißt, Override Fun Print. Und dann werde ich, oder habe ich definitiv die Möglichkeit, jetzt kann ich einfach meinen Print aufrufen. Jetzt ist ganz klar, egal welche Oberklasse Print implementiert, wir nehmen auf jeden Fall das Print aus der Laptop-Klasse. Weil unser Compiler uns im Endeffekt dazu gezwungen hat. Und wenn es in der Kind-Klasse drin ist, dann nehmen wir sowieso immer diese Funktion. Egal, was die Oberklassen uns bieten. So, jetzt, was kann ich hiermit machen? Nun, eigentlich würde ich ganz gerne beide Prints ausgeben. Denn ich möchte hier eine vollständige Ausgabe haben. Und zwar möchte ich erstmal diese Print hier ausgeben vom Computer. Und dann möchte ich ganz gerne diese Print-Funktion hier oben von Wi-Fi haben. Also, wie mache ich das? Also, wie gesagt, von Interfaces könnt ihr so viele erben, wie ihr wollt. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einschub. Eine abstrakte Klasse könnt ihr benutzen zum Vererben. Nur eine oder eine normale Klasse. Also, entweder eine abstrakte Klasse oder eine normale Klasse. Und so viele Interfaces, wie ihr wollt. Also, 50.000 Interfaces, kein Problem. Aber zwei Klassen sind ein Problem. Egal, ob abstrakt oder nicht. So, das liegt vor allem hier an diesen Variablen dran. Weil, ja, die werden, wie gesagt, wenn sie gleichen Namen haben im Interface und hier in der abstrakten Klasse, dann wird die aus der abstrakten Klasse genommen. Okay, was machen wir jetzt mit Print? Naja, wir wollen Super aufrufen. Super.print. Also, sowohl hier für den Computer als auch für den Laptop. Super.print. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Blöd. Wir haben mehrere Oberklassen. Wir haben mehrere Supertypen. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen explizit angeben, welches Print wir denn eigentlich meinen. Denn sonst haben wir ja wieder genau dasselbe Problem hier. Wir sehen, hier ist ein Error passiert. Und wir müssen angeben, welches Print wir meinen. Meinen wir das von Computer oder meinen wir das von Wi-Fi? Wir gehen also her, schreiben in spitze Klammern hinten dran, dass wir zuerst das von Computer haben wollen. Und dann sagen wir Super von Wi-Fi.print. So, und jetzt ist eindeutig, erst wird das von Computer ausgegeben und dann wird das von Wi-Fi ausgegeben. Und wenn die Print-Funktion auf einem Laptop aufgerufen wird, dann ist es immer genau diese Print-Funktion hier. Wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sehen wir hier, okay, zunächst einmal haben wir hier die, ähm, das ist die von, nein, das ist die vom Desktop. Und das ist das von, von dem unten drunter, ähm, hier, das ist es. Hier sehen wir, ähm, der Desktop ist als erstes drin, deswegen war der als erstes dran. Aber danach wurde der Laptop genutzt und hier wird erstmal der Laptop geprintet und anschließend wird er angeschalten. Ähm, und das sehen wir hier. Speed, bla 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 bla, connected, false, ja. Das heißt, wir sehen hier offensichtlich auch dieses Connected, was ja nur durch das Wi-Fi implementiert wurde. Das ist da jetzt auf einmal auch drin. Dann sehen wir hier die Turn-On-Funktion, also Open und Press-Button. Wundervoll. Das heißt, wir haben jetzt offensichtlich gerade eine Print-Funktion hier überschrieben, die in zwei Superklassen drin ist. Und so funktioniert das Ganze auch mit Interfaces. Und ja, das war es erstmal von meiner Seite wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.